joo hi leute hier ist euer mr country mein name ist raphael und willkommen zu einer weiteren aktive folge mit dabei ist auch der lagart docks ja erst mal dabei er ist level 90 hat equipment 6 plus 9 6 plus 10 6 6 plus 8 mal nicht das stand schon der sechs plus neun ja und der auf dämonen gewechselt wenn es immer mal ein paar engel kill also wir versuchen dann halt mal wenn jetzt so immer leute kommen wie cooler monster dann können wir mal schon mal tschüss sagen kennt bestimmt cola monster ich habe gerade ich habe gestern zerfetzt man richtig zerstört man ich sollte es einmal als erste und das letzte mal glaube ich dass ihn so zerstört habe aber ich habe ihn hat getötet aber ich glaube das wird nicht mehr vorkommen das ist ja schwer ihn zu töten der daten sehr sehr gut ist ja der schon ziemlich immer ja oder warte was gibt es noch so erwähnt man die seine typ der immer als hacker bezeichnet wird Prozent Prozent zum boogie gemacht wo gehen was hat mir jetzt gar nichts er ist so richtig schnell Prozent manche der fk plus 15 ich glaube schon fk plus 15 hat er die hat die haben es getötet zu tot wenn er also so mit dass er könnte ich jetzt nicht jetzt also es war schon Prozent früher also einmal wenn man leckt ist gerade ein wenig und ich versuche ich habe eigentlich es dürfte eigentlich nicht gelangen aber egal egal falls du lust hast spätaktiv zu gehen oder irgendwann bin dann ok will offen sind ja ich habe gerade gezeiten bin ich oder so ich hätte nicht in der fnl scheiße das kannst du vorwaschen und ich mach den fdf das wäre ja solch vorwaschen oder ich hab dich ja nicht in der fnl ach ja stimmt schon und ich kenne hier wir kannst ja nicht hier zu fügen warte mal wir schauen mal ich kommt immer mal ein bisschen da drunter vielleicht sind dann ein paar leute ja ja die haben rei offen ja wir haben wir haben wir haben vielleicht kennen wir ja mal schauen vielleicht gibt es ein paar wo sonnenherz der ist ja geht also wo ich engel war konnte mich nicht töten ich habe ihn immer gekillt auch weil ich weiß jetzt nicht wie der jetzt ist zwar so ungefähr vor vier monaten ich weiß es nicht ob das ist nicht mit mir so weit ich weiß es ist ein richtig guten Stab ja ja aber dann ist es nicht so gut wer soll es ist nichts besonderes das hat die Sache man ist doch die ist ein bisschen besser weil ich habe alles bis 9 Uhr aber und ja es hat sich gerade gewechselt naja 0 0 du bist der beste dort 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 hast ein sehr guter Mann nein nein das ist null 0 oder er wurde eigentlich oder 1 also beides kann man sagen sind die denn jetzt sind gar keine zoro ein bisschen gestorben naja kommst du auch geh ach so wir haben weit was ich kommt ja aber wir haben wir später ich komme dann auch ich will mal wieder der sieben kiste bekommen das wäre echt hilfreich boah ja er sieht ich habe schon sieben stück eine habe ich aber aufgemacht sieben stück ja insgesamt sieben stück einmal ich sagte man ich habe fürs upgrade und so weiter so viel geld ausgegeben haben ok ok also ich weiß es bloß naja fürs bloßen schau mal schau mal schau mal der typ ist ja fast perfekt ich habe so viel geld aus ihm für plus zehn upgrade rüstungen sp upgrade so viel ich habe so viel geld ausgegeben man ich hätte jetzt so im dabei kommt man eigentlich auf mädchen aber ich habe eher so viel abgehen ich verpüß mich lieber nein 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 naja soviel damit macht sie nichts aber also wer ist er kommt mit kraft mit arm kieser nein ich bin ich glaube nicht das ist dieser lang nicht diese aber ich weiß nicht ich ich habe den Namen vergessen er bin dann verletzt ich weiß nicht mehr man kann bei mir wird sie oder keine Ahnung ich weiß selber ich weiß nicht mehr ich habe aber vergessen ja es ist nicht so ist ja ja es ich gucke man mit haupt was die billigste magie der mond was die nur noch ich glaube angriff und und hat die torbikor ist verteidigung sämtlicher angriff von maximalen mp ich werde mit haupt jedes am besten mit dem mädchen ist das schon mal ja ich habe 21 nein ohne habe ich und die 18 k ich will meine tauschen das war schneller oder und dann noch einig ob sonne war das habe ich bin mir gerade nicht sicher die sonne also nache macht sich ja ich glaube schneller kann ich habe meine frage dann fragt mal früh boy du machst ja viele du machst ja videos über gar nicht gefehlt oder so weg 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 verpässt habe ich kann ich nein 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 scheiße ja ich würde dich beschützen oder so aber ja nee da kannst du auch nichts machen weil das hat keinen sinn ja der kampf mit sheet damage ja der kampf mit der ist ich habe mir vor spät ich habe halt weil ich immer auf dem vulkaner spiel habe ich hatte deshalb im pb 10 prozent mehr dass sie ich habe dann bei rs 96 prozent ich habe alles auf gesamt der fk kommt kommt zu euch der machte auch wunderbar in der menschen das ist sehr viel ja so ich muss um schade schade sehen und sich in erster haben eine könnte naja jetzt dieser typ der ist echt gut der fk naja naja da hatten wir letzten vergessen worden gegeben ich verstehe es nicht wie es geht aber er hat auch gerade so ein Prozent ich gucke zwar 90er ich weiß gar nicht mehr 16 kardin streng gedrückt ich weiß nicht ob der Rest hier hatte aber ich habe ja ich habe recht hier aber der dürfte eigentlich nicht so viel damage machen außer der hat echt so in bei equipment die plus neun hatte aber ich habe nur eine grüße sieht eigentlich weniger ab also die sache also ich hätte vorher ist hier und der kopf mensch hat mich getötet oder keine ahnung gestern habe ich auch so einfach so aktuelle kommt von typ und sp hat mich gelegt ohne sp man ok da war auch zu gebraucht und so alles mögliche aber trotzdem das reicht ok ich habe hier gerade so ein typen geschnappt okay ist der FK noch da naja das noch da ich schätze ich komme damit aus dem mann die kälte ich habe kein n gröp ja ich komme zu uns ich bin hier Wohin? Wohin? Den hab ich. Wohin? Ja. Ja, das ist jetzt. Ja. So kill die. Na, Spaß. Ich hab alles geschaut. Nein, nein, das ist ja egal. Wir sind da eh ein Thema so. Ja, wir kriegen ja weiter den Ruf dafür. Oh, Köln, Köln. Oh. Okay, den hast du. Den konnte ich nicht glauben. Ja. Macht aber. Rote Spaß. Hm. Gerade. Keine Stanz nix. Nicht mal gestorben. Läuft gerade gut. Ja, läuft ja. Das sind Zeiten, da läuft's gar nicht gut. Ja. Da legt man sich eigentlich nur auf und dann denkt man so, hm, soll ich das Video zweckschmeißen oder doch hochladen? Denkt man sich so. Und dann denke ich so, na egal, ich lasse trotzdem hoch, weil dann wissen Sie, dass man nicht immer gut sein kann. Ja, das weiß man auch selber so. Also, man läuft ein Tag gut, man läuft ein Tag. Okay, angewandt, 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 nah, okay, doch nicht mehr so. Na doch, doch. Wohl. Doch, doch, lass auf, lass drauf. Was hat denn da jetzt attackiert man irgendein Tier? Ach, egal, es bringt nichts, komm. Und lieber zurückgehen. Yo, mein Bruder ruft mich. Ich mach' einen ganz kurzen Cut. Wo bist du? Yo, wieder zurück. Ich bin Miniland. Okay. Kommt, ja, komm, kann's rauskommen, nicht? Der FK ist kurz vorm Sterben. Boah, vier gegen Reis und der hält noch so lang aus. Natürlich. Oh, okay, das ist dann. Ja, das ist gut. Google. Oh, das ist auch mein aus der FM. Hier, hallo. Ah, Google. Google. Sie muss 70, so 54, ja, geht schon, also. Obwohl ich lange kein Aktiv war, ich war schon ein ganzes Monat, kein Aktiv, muss ich mich wieder dran gewöhnen. Okay. Ja, immerhin, du hast keine negativen Stats. Nein, also ich hab' selten negativ, also ich hab' eigentlich, nein, ich hatte nie einen negativ, oder voll ist einer, ah, das ist dieser Kampfmensch. Hätte ich schon, hätte in der FL, das wär' ... Hm, ich kann mich damit direkt zu dir kommen. Ja, genau. Äh, nicht mehr als, mit Teppich. Nein, ach, scheiße. Aber ich wollte schon, Alter, manchmal so, ich drück's auf mein Knackteil, geht das mein Pad zu bestehen, bleibt dir. Und dann mach' man natürlich so auf SP ausziehen. Das war aber mir, ich sag' ich hab' so eine Idee auf einmal, zieh' ich SP aus, was ihn so aussieht, gäh, und dann gilt er mich so, äh... Naja. Naja, passiert alles. Ah, ja, Leute, ich hab' eine Frage, äh, na, Frage, wer Interesse an dieser Rüssi hat, ich hab' gerade für 65 Trend ist aber verhandelbar, hier, so ist die Muschel, die, äh, 7-9, Schwerty, äh, sollte ich aber bei mir sich melden, per Notiz, ja, würde ich nur mal so sagen. Kauft euch die Rüssi, ja, und, und auf S2 verkaufe ich eine 63er, Bella, 30, 60er, Bo, R7, plus 9, R6 GM, auch, ist auch im Bazar, ist verhandelbar, einfach mich da per Notiz anschreiten. Ja, ist in der Bersen-Bazaar? Ja, ja. Bella, auch so, dann schau' ich mir mal gleich an, äh, S2. Ach so, S2, ja, S2, S2, nicht S1, wieviel Zeit noch bis, bis Bostzocker, ja, und ist pro, aber ich hab' irgendwie, äh, ist, warte, du sagst auf Fernwege, oder? Äh, ob ich ja suche? Ja. Ähm, eigentlich ja. Hm, was für eine Fernsehsuche? Äh, Akt 4, ab und zu auf Rates, sowas, ja, machen wir auch, also, ja, zur Zeit ist Bennim inaktiv, weil ich auf Ferien, ist sie, ist im Urlaub, ist ja normal, der Oberhaupt? Ja, genau, komm, um Urlaub oder so, ich weiß nicht, also, wie hat sie da, ich hab, ich hab' meinen Schutzen, naja, irgendwie hat sie noch nichts geschrieben, warum? Aber, ich glaub' sie ist im Urlaub. Ja, glaub' ich auch dann, weil, wenn sie da nicht mehr... Gebrüll, auf geht's mit Gebrüll, auf geht's, ich verpässe mich, das! Ich geh' noch nicht als erstes, ich bin noch nicht dem Schüttel. Ich bin sogar mit nahe, langsam, ey. Okay, der Gladi tankt, alles? Oh, der Kampfmönche, der will gar nicht sterben. Nee, ich mach' auch nicht so viel damit. Und der Pott, und die, oder sie, oder er, oder Twitter, Pottet, gerade? Ich glaub' sie. Naja, wer weiß. Oh ja, wer weiß. Wer weiß, vielleicht, vielleicht hängen da zwei Dinge runter. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Wer kann es denn wohl beantworten? Da sind so viele Lows, oh, alter, der FK hat mir auch den Schreien gedrückt. Da sind so viele Lows, die man so krass killen kann, aber, da sind doch, alter. Ja, die heißt, die Blockchen, alles. Alter, ich könnte noch hinterher porten. Aber wenn die Porto ist, jetzt ist es eine Schlag, wo ich auch mich teleportiere, dann teleportiere ich mit ihm mit. Okay. Aber lieber nicht, weil sonst geht er mich hier. Allein habe ich ihn irgendwie so und so, keine Chance. Ähm, 60.000, fast 60.000 Punkte ist, dann ist gut. Ich glaube, der Typ, der kommt jetzt von hinten. Der wird jetzt richtig von hinten können. Das ist so, sagt man, oh, man. Ich bin trotzdem, nein, ich bin, ich bin falsch. Ich würde schon, na auf. Nein, 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 scheiß ich habe. Lauf. Ja, ich bin weg. Nein. Okay, da kommen alle, die kommen alle. Ja. Ja, da kann man nichts machen. Nein, ich hätte sie fast gekillt. Also jetzt sind mit FK. Oh, sie hat sogar noch, glaube ich, noch, sogar noch gepottet. Das war fies, mal, ich habe schon viel gehalten, eigentlich, also. Hm, für mich ist schon, das ist ziemlich der key. Ja, ja, also R6, eigentlich R6, ich bin, man geht schon, ist schon gut. Ja, 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 was hat ein R6 eigentlich? Blackout, Feuerressi hatte es, nicht R6, Fernkampfmeiden, zu allem PvP und Nahkampfmeiden. Osterkann, der Magie meiden, leider, leider, würde ich auch haben, alle drei Starts in R6, aber das ist eigentlich unmöglich. Ich, ich habe, äh, Dings, äh, Magie meiden, Nahkampf und Fernkampf. Hast du alle drei? Ja. Aber dafür hast du doch keinen, ähm, alle Angriffe, ähm, ähm, dev. Ich habe dann noch, äh, Blackout-Schutz und sonst. Also ich habe ja zu allen Angriffen, äh, zu allen verteidigungswerten PvP, 15%. Ach so, nein, nein, also man kann ja auch maximal drei Effekte haben, soweit ich weiß. Ja, ich glaube, ja, ich habe halt, ja. Außerhalb bei R7. Ja, ich persönlich finde, ich weiß nicht, also, ich würde, Fernkampfmeiden könnte ich verzichten, äh, Nahkampf. Meinst du? Nein, Fernkampf, glaube ich, könnte ich verzichten, dafür halt Magie. Das ist besser. Ja, nicht so sagen. Ja, weil, wenn man mal so überlegt, ähm, es gibt nicht so viele Mails. Ja. Na, meine Rüßigung. Ja, okay, es gibt auch nicht so viel, ähm, Sport ist in Akt 4. Bzw. die gefährlich sind. Einige schon, aber. Ja, okay, der FK. Ja, mal, gekillt, man, Rachi, süß. Ja, echt. Würde ich mal so sagen. Läuft eigentlich jetzt. Macht gerade irgendwie voll, voll Spaß, voll, voll, und es macht sich gerade. Okay, ich glaube, ich glaube, wenn man auch mit jemandem redet und so, bockt sich jetzt auch. Ja, wenn man so alleine ist, dann regt man sich irgendwie voll auf, aber das macht euch Spaß zusammen so. Ja, klar. Aber wir müssen jetzt nur noch in der FL, noch in der FL. Ja, ja, wir können es ja gleich enden. Ja, ich dachte schon, da ist noch jemand. Ja, ich glaube, komisch, okay? Ja, mach mal kurz. Jo, jo. 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 Schauen, was da oben ist. Jo, mit's nix. Jo. 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 .